Sie sehen hier die Bosch Pack 401. Das ist eine horizontale Schlauchbeutelmaschine mit Packfeeder PF4-Zuführung. Sie verpackt verschiedene Arten von Produkten, wie zum Beispiel Riegel, Kekse und Schokolade, im mittlerem und höherem Geschwindigkeitsbereich. Das heißt 200 bis 800 Produkte pro Minute. Sie ist für KMUs und Internationals, Multinationals im Food-Bereich, aber auch für Non-Food-Produkte geeignet. Das Besondere an der Bosch Pack 401 ist, erstens, die modulare Bauweise mit sehr flexiblem Einsatzbereich für eine Vielzahl zu verpackende Produkte. Zweitens, sie hat eine produktschonende Zuführung und einfache Umstellungsfeatures. Und drittens, sie ist sehr einfach zu kombinieren mit anderen vor- oder nachgeschalteten Maschinen von Bosch. Durch Einsatz des Bosch Pack 401 wird eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Effizienz bei niedrigsten Umstellzeiten erreicht. Herr Schoening,céren um die Natur und Ausblasen. Die Natur ist eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Erklärung. Sie hat eine sehr hohe Zuverschtonen. Das ist eine sehr hohe Zuverschtonen. Vielen Dank.